Willkommen zur siebten Vorlesung Teilbarkeit und modulare Arithmetik ist vorletztes Thema und wichtig, das habe ich letzte Woche gar nicht so im Blick gehabt, wir haben dann nächste Woche schon wieder Übungen. Das ist jetzt einmalig anders, das passt aber auch ganz gut, weil das hier ein Thema ist, wo man ganz gut Übungsaufgaben zu stellen kann und da gibt es eigentlich nur noch einen Block, algebraische Strukturen, so ein bisschen Relationen, Funktionen, was ist ein Ring und so. Ja, Primfaktorzerlegung, letztes Mal bin ich da nicht mehr zu gekommen, Algorithmus, Existenz und Eindeutigkeit, dann ein bisschen Teilbarkeitslehre, der euklidische Algorithmus und ein ganz wenig modulare Arithmetik. Die Lehramtsleute machen dann modulare Arithmetik, aber eh noch viel ausführlicher, irgendwann im siebten Semester oder so in elementare Zahlentheorie. Und ich nehme mal an, dass man in Kryptographie auch irgendwie noch einiges mit modulare Arithmetik machen wird, wenn man Informatik studiert. Ja, das hatten wir eigentlich letztes Mal schon. Was sind Primzahlen? Man kann sagen, Primzahlen sind die multiplikativen Bausteine der natürlichen Zahlen. Das heißt, alle natürlichen Zahlen lassen sich aus Primzahlen multiplikativ erzeugen, wenn man jetzt ganz streng ist, außer 1. 1 gehört ja nicht dazu. Und bei den Primzahlen muss man sich auch darauf einigen, dass einmal die Primzahlschreiben auch gelten soll. Aber dann alle nicht primen natürlichen Zahlen lassen sich als Produkt von Primzahlen darstellen. Und die Darstellung ist auch bis auf die Reihenfolge der Primfaktoren eindeutig. Jetzt könnte ich natürlich bei der 4000 anfangen und zerlege die in 50 mal 80. Ja, da habe ich aber noch keine Primfaktoren. Also zerlege ich weiter in 5 mal 10 mal 8 mal 10. Immer noch keine Primfaktoren. Okay, dann zerlege ich weiter. Hab dann 5 mal 2 mal 5 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 5. So und oder ich könnte so anfangen, dass ich sage 4 mal 1000 und zerlege dann so weiter, wie da unten steht. Nur wenn ich das alles nachher sortiere, beziehungsweise vielleicht auch noch nach selben Primfaktoren zusammenfassen und dann einfach mit Exponenten schreibe, dann ist das eindeutig. Der Beweis ist ein bisschen lästig. An einer Stelle sage ich dann einfach, naja, der Rest steht in den Folien, die in Moodle stehen, weil das wird dann zu finkelig. Da man bei einer Prüfung eh nicht auswendig gelernte Beweise hinschreiben muss, ist das auch nicht so tragisch. Jedes n lässt sich in eindeutiger Weise darstellen als Primfaktor 1 hoch Exponent 1 mal bis gegebenenfalls Primfaktor k mal e hoch k mit k verschiedenen Primzahlen, die jeweils in der Vielfachheit e1 und so weiter e2 mit größer gleich 1 vorkommen. Das heißt, die ganzen Nuller schreibt man nicht hin. Sie können ja immer noch 2 hoch 0 und so dazuschreiben, aber dann ist es natürlich Quatsch und dann wird es auch mit der Eindeutigkeit schwierig. So, Beweis, dass es eine gibt, ist noch der leichtere Teil. Dafür nehmen wir zunächst das Lemma her. Für jede natürliche Zahl größer 1 ist ihr kleinster Teiler größer 1 eine Primzahl. Also nehmen wir mal an, der kleinste Teiler wäre keine Primzahl. Dann wäre der ja wieder zerlegbar in mindestens zwei Faktoren. Wählen wir mal den kleineren davon aus. Der ist vielleicht immer noch nicht Prim, der wäre aber wieder zerlegbar in zwei Faktoren und so weiter. Und dann haben wir wieder so eine unendlich absteigende Folge von Zahlen. Und irgendwann muss sich dann an etwas kommen, was nicht mehr zerlegbar ist. Also die Folge kann nicht beliebig weiter mit weiter zerlegbaren Zahlen gehen, weil sie wird einerseits immer kleiner und andererseits sage ich bei mir mal, jetzt finde ich wieder eine Zerlegung. Also der kleinste Teiler größer 1 ist auf jeden Fall immer eine Primzahl. So, jetzt beweisen wir, dass es die Primfaktorzerlegung gibt. Man wähle den kleinsten von 1 verschiedenen Teiler von N. Der Teiler ist Prim. Man nennt ihn P1. Also gilt N gleich P1 mal irgendein N' Strich. Also zum Beispiel bei 4000 ist der kleinste von 1 verschiedene Primteilen eine 2. Dann ist N' 2000. So, jetzt macht man das mit N' wieder genauso. Da kann ich auch wieder den kleinsten wählen und so weiter und so weiter. N2 ist jetzt auch kleiner als N1. Und jetzt habe ich wieder meinen Satz, den ich schon mehrfach benutzt habe. Diese Folge N', N2', N3' und so weiter ist ja auch wieder eine absteigende Folge natürlicher Zahlen. Das muss also auch irgendwann abbrechen. Und damit ist klar, es gibt dann mal eine Primfaktorzerlegung, die so hingeschrieben ist. Aber jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen, hier steht das auch noch mal, Wohlordnungseigenschaft, dass dieser Satz, dass jede Folge natürlich, absteigende Folge natürlicher Zahlen abbricht nach endlich vielen Schritten. So, jetzt wird nach Primzahlpotenzien zusammengefasst. Dann habe ich die Primfaktorzerlegung, die existiert. Jetzt kommt die Eindeutigkeit. Jetzt nehmen wir an, wir nehmen mal an, es gibt eine nicht, das ist wirklich ein bisschen kompliziert, wir nehmen an, es gibt eine nicht leere Menge von x Zahlen, die mehr als eine Primfaktorzerlegung haben. Also wenn wir sagen, es könnten auch alle sein, wenn wir sagen, es ist sogar für alle Zahlen. Aber nehmen wir mal an, das Gegenteil von alle haben eine eindeutige, ist ja, es gibt zumindest irgendwelche, die zweideutige Primfaktorzerlegung haben. Dann bilden wir jetzt die Menge all dieser Zahlen, Sie merken schon, das wird ein indirekter Beweis, wo all diese mit zweideutiger Zerlegung drin sind. Jetzt gibt es aber auch wieder eine kleinste solche Zahl, weil jede, das ist auch wieder die Wohlordnungseigenschaft, nicht nur jede absteigende Folge natürlicher Zahlen, bricht ab, sondern andere Interpretationen der Wohlordnungseigenschaft, jede Menge natürlicher Zahlen hat ein kleinstes Element, auch unendlich vieler. Auch die geraden Zahlen haben zum Beispiel ein kleinstes Element oder die durch 2000 teilbaren Zahlen. Jede Menge natürlicher Zahlen hat ein kleinstes Element. Das wäre jetzt bei Bruchzahlen zum Beispiel nicht so. Wenn Sie jetzt sagen, ein Halb, ein Viertel, ein Sechstel, ein Achtel und die unendliche Menge, die hat kein kleinstes Element. Das geht ja immer beliebig weiter fort. Gut, aber das nur noch mal. Also jetzt sagen wir mal, wir haben diese kleinste Zahl ausgewählt mit zweideutiger Primfaktorzerlegung, also wo irgendwelche, wo zumindest zwei Primfaktoren irgendwie nicht übereinstimmen. Jetzt schreiben wir das hin. P1 mal PS ist gleich N ist gleich Q1 mal QM. Das sind jetzt zwei verschiedene Zerlegungen. Jetzt ist aber natürlich sowohl P1 mal Punkt, Punkt, Punkt mal PS soll ja die Zahl ergeben, also meinetwegen unsere 4000. Und Q1 mal QM soll auch die Zahl ergeben, also auch die 4000. Da muss natürlich trotzdem jeder, jeder Faktor auf der linken Seite soll ja ein Primfaktor sein, muss also auf jeden Fall dieses Produkt Q mal 1 bis Q mal M teilen. So und jetzt kommt das Argument, das geht aber nur dann, wenn das P1 irgendeinen Faktor teilt, also mit dem übereinstimmt. Und das ist der Teil, wo ich jetzt bei dem Beweis so ein bisschen schludere und sage, das ist das sogenannte euklidische Lämmer, dieses Sternchen, dass man tatsächlich sagen kann, wenn man ein Produkt von irgendwie beliebigen Zahlen hat und eine Primzahl teilt das, dann teilt die Primzahl auch irgendeinen der Faktoren. So und wenn das stimmt, dann könnte ich sagen, ich teile die linke Seite durch das P1 und auf der anderen Seite lasse ich dieses übereinstimmende QJ weg. Und jetzt habe ich aber wieder eine Zahl mit uneindeutiger Primfaktorzerlegung, weil die, die zwei, die ich weggelassen habe, waren ja gleich und vorher war es eine uneindeutige Zerlegung. Da muss es ja jetzt immer noch eine uneindeutige Zerlegung sein, also noch mindestens ein verschiedener Faktor dabei sein. Jetzt wäre das ja immer noch so und das ist jetzt ein Problem, weil die Zahl ist ja kleiner geworden dadurch, dass ich die durch einen Primfaktor geteilt habe auf beiden Seiten. Ja, dann wäre ja eigentlich diese Zahl die kleinste. Ich habe aber vorher schon angenommen, ich hätte die kleinste genommen. Und damit kann das nicht sein, dass es zwei verschiedene Primfaktorzerlegungen gibt. Ja, das ist ziemlich von hinten durch die Brust, aber so sind manchmal diese Beweise. Worauf unterstützt sich das Argument bei Stern eben auf dieses euklidische Lemma? Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann teilt die Primzahl mindestens einen der beiden Faktoren. Bei jeden Übungsaufgaben ist die Frage, ob das auch für Nicht-Primenzahlen stimmt bei einer Aufgabe. So, aber für Primzahlen haut das halt immer hin. Das kann man auch beweisen. Der Beweis steht auf den Folien für diejenigen, die zu Hause ein bisschen strebern wollen. Die können sich den dann durchlesen. Ist aber auch, glaube ich, wieder indirekt. Ich muss mal sehen, ich habe ihn mit ausgedruckt. Ja, da führen wir mehrfach die Division mit Rest durch und führen das dann zu einem Widerspruch. So, kann man auch programmieren, aber weil hier die Programmierer die Minderheit sind, gucken wir uns das dieses Jahr nicht so genau an. Ist aber ein lästiger Algorithmus. Also das Interessante ist vielleicht eher, wie macht man das? Naja, im Grunde genommen fängt man bei der, wenn man keine, nehmen wir mal an, Sie haben keine Liste von Primzahlen. Da müssen Sie tatsächlich mit der kleinsten Zahl anfangen. Also zwei und gucken mal, ob das teilt und dann gehen Sie sozusagen weiter. Und da müssen Sie dann doch relativ oft ausprobieren. Man braucht da bis zu Wurzel-A-Divisionen. Wieso Wurzel-A? Wenn die Zahl A ist, dann kann natürlich irgendein Teiler von dieser Zahl ja nicht größer als die Wurzel sein. Also sehr klein, weil dann gibt es ja immer den Komplementärteiler. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen 120. Ja, 120 und jetzt ist 2 ein Teiler und das hat ja dann als Komplementärteiler 60. So, dann wäre der nächste Teiler, wäre meinetwegen 3. Da ist der Komplementärteiler, 120 war ein blödes Beispiel, das hat sau viele Teiler, 40. Das nächste wäre dann 4. Das ist der Komplementärteiler 30. Und jetzt geht das weiter mit 5. Da ist der Komplementärteiler 120 geteilt durch 5. Das sollte eigentlich im Kopf gehen. 60 ist 12, 24. So, 5. Und dann bei 6 ist es 20. So, jetzt geht es weiter bei 8 mal 15. Jetzt langsam nähern wir uns der Grenze, bis zu der wir nur gehen müssen. 10 mal 12. So, und jetzt behaupte ich, sind wir schon fertig. Weil jetzt geht es ja weiter mit 12 mal 10. Und jetzt können die sich nur noch wiederholen. Es können ja nicht beide Faktoren größer als die Wurzel sein. Dann wäre das ja größer als die ganze Zahl. Das heißt, man muss immer nur bis zur Wurzel testen. So ähnlich wie bei dem Sieb von ihrer Tostenes, wo man ja auch nur bis zur Wurzel diese Streichungen durchführen muss. Ja, wenn man sich das zeigt, das schwankt halt ziemlich. Wenn man Glück hat und die Zahl hat, ist die Quadratzahl einer Primzahl, dann kann man unter Umständen sehr wenig Teilungsvorgänge brauchen. Und wenn man Pech hat, geht es aber bis zur Wurzel. Hier sieht man so schön, wie so langsam hier an den Spitzen die Wurzelfunktion sich abbildet. Ja, die, jetzt hatten wir die Teilbarkeit letztes Mal irgendwie schon definiert, dass wir gesagt haben, A ist durch B teilbar, wenn es irgendeine natürliche Zahl gibt, die man mit B multiplizieren kann, sodass A rauskommt. So, mit natürlichen Zahlen. Da haben es bis jetzt formuliert. Das kann man natürlich auch einfach mit ganzen Zahlen machen. So, die Teilbarkeitslehre operiert meistens auf den ganzen Zahlen, weil die gewisse Vorteile haben. Zum Beispiel die beliebige Durchführbarkeit des Subtrahierens. Da können Sie auch fünf von drei abziehen und sowas. So, aber da ändert sich nicht viel in der Teilbarkeitslehre, kann man ganz genauso sagen. Gegeben seien zwei Zahlen A, B, Z. Gibt es eine weitere Zahl, K-Element Z, mit A gleich K mal B, dann heißt B ein Teiler von A und A heißt Vielfaches von B. K heißt immer der Komplementärteiler von A zu B. So, der kleinste von eins verschiedene positive Teiler B ist stets kleiner gleich die Wurzel aus dem Betrag bezahlt. Also für minus 120 kommt halt letztlich nur 10 in Frage. 11 wäre ja schon oberhalb des Quadrats, weil 11 Quadrat ist 121. So, jede ganze Zahl ist Teiler der Zahl 0 und das verblüfft jetzt vielleicht. 0 ist Teiler von sich selbst. Sagen Sie vielleicht, ey, verflixte Kiste, man kann doch nicht durch 0 teilen. Aber das ist so ein Ding, was man sich durch die Definition einkauft. In der Definition steht ja, eine weitere Zahl K, die man irgendwie so multiplizieren kann, das und das funktioniert irgendwie. 0 mal 0 ist immer noch 0. Und 0 ist auch ein Teiler. Also jede ganze Zahl kann ich hernehmen, ist ein Teiler der Zahl 0. Aber bei 0 kann ich halt nicht eine beliebige Zahl hernehmen. Woran erkennt man das? Müssen wir vielleicht mal rüber switchen. Hier steht ja, also A wäre unsere 0 und wir suchen ein K mal 0. So, ja. Ich kann ja keine andere Zahl mit der 0 mal nehmen, sodass da zum Beispiel 3 rauskommt. Also es gibt keine Zahl, die ich mit 0 mal nehmen kann, sodass 3 rauskommt. Deswegen ist 0 von keiner Zahl Teiler. Außer ich kann 0 mal 0 rechnen, dann kommt wieder 0 raus. Deswegen ist 0 ein Teiler von sich selbst. Aber deswegen darf man trotzdem nicht durch 0 dividieren. Aber 0 ist ein Teiler von sich. So, die Vorzeichen der Zahlen A, B spielen für die Teilbarkeit offensichtlich keine Rolle. Wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist, dann ist sie auch immer durch minus 2 teilbar. Das verändert ja nur das Vorzeichen vom Komplementärteiler. Aber beim Betrag tut sich da quasi nichts. Und die Teilbarkeit ist transitiv. Haben Sie schon mal gehört, transitiv? Das ist immer, wenn A gegeben ist, wenn aus A B folgt und aus B folgt C, dann folgt aus A aus C. Hier ist das eben, wenn A ein Teiler von B ist und B ist ein Teiler von C, dann ist A auch ein Teiler von C. Das folgt aber einfach aus der Transitivität der Multiplikation. Also, dass Sie ja dann quasi so das schreiben können. Wenn A B teilt, A teilt B, dann können Sie ja schreiben B mal, also können Sie das B einfach schreiben als A mal N. Und wenn das B das C teilt, dann können Sie einfach sagen, Sie können das C schreiben als B mal N. So, und jetzt können Sie natürlich dann das B hier wieder ersetzen, dann steht da A mal 1 mal N. Beziehungsweise hier sollte ich nicht N nehmen, sondern irgendeine andere Variable M. So, das setzt, das kann ich ja quasi einfach einsetzen und dann sehe ich sofort, dass das C natürlich auch durch das A teilbar ist. So, die Teilbarkeitsregeln sind dann schulisch noch irgendwie interessant. Eine Zahl ist durch 2 oder 5 teilbar, wenn Ihre letzte Ziffer durch 2 oder 5 teilbar ist zum Beispiel, was ja einfach daran liegt, dass alles, was vor dem hintersten Stellenwert steht, vielfache von 10 sind. Und da steht ja quasi im zweiten Stellenwert 10, im dritten Stellenwert stehen die Hunderter und so weiter. Das heißt, alle Zahlen, die vor dem letzten Stellenwert stehen, sind irgendwas mal 10. Ich könnte das ja sogar so hinschreiben, dass ich sage, also wenn ich eine beliebige Zahl habe, Zn, Punkt, 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 Z3, Z2, Z1, Z0, dann ist das ja eigentlich, also so im Zehnersystem, dann ist das ja eigentlich dasselbe wie 10 mal Zn, 10 mal Zn hoch N, jetzt muss ich aufpassen, so wie ich es geschrieben habe, Z1 ist mal 10, Z2 ist mal 10 Quadrat, okay, dann Zn plus 10 mal Z plus, jetzt ordentlich hier Punkt, 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 plus Z3 mal 10, das was schreibe ich denn hier, 10 hoch N, Z3 mal 3 plus Z2 mal 10 Quadrat plus 10 mal Z1 plus Z0 und da kann ich hier vorne natürlich eine 10 ausklammern und dann steht da 10 hoch N minus 1 mal Zn plus Z1 plus Z0. Den vorderen Teil kann ich natürlich durch 10 teilen, also kann ich ihn auch durch 2 und 5 teilen oder 5 teilen, weil 2 teilt ja auch 10 und 2 teilt auch 5 und dann muss aber, damit das Ganze noch durch 2 oder 5 teilbar ist, die Z0 auch noch durch 2 oder 5 teilbar sein. So, das sind halt die Teilbarkeitsregeln für 2 und so ähnlich funktioniert das natürlich für 4, da braucht man halt nur die letzten beiden Ziffern, weil erst die 100 glatt durch 4 geht und bei der 8 braucht man halt die letzten 3 Ziffern, weil erst die 1000 glatt durch 100 geht. Etwas anders sind die Quersummenregeln mit 3 und 9, ist aber auch nicht so schwierig, das nachzuweisen, dass das hinhaut. Wir machen mal für 9, da haben wir ja jetzt, das hatte ich ja gerade schon da stehen, 10 mal Z hoch N plus Punkt, 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 plus 10 hoch 3 mal Z2 plus 3, so heute habe ich es eilig und schreibe dann immer Quatsch hin. So, plus 10 mal Z1 plus Z0. So, und jetzt kennen Sie ja vielleicht, Sie kennen die Teilbarkeitsregel für die Teilbarkeit durch 9. Quersumme ausrechnen und dann gucken, ob die teilbar durch 3 oder 9 ist. Was ist die Quersumme? Das ist einfach die Summe der ganzen Ziffern. So, die ziehe ich jetzt mal davon ab, minus Zn plus Punkt, 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 plus Z3 plus Z2 plus Z1 plus Z0. Punkt, 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 Punkt. Das ist die sogenannte Quersumme. So, wenn ich das mache, bleibt da ja stehen, 10 hoch Zn minus 1 plus 10 hoch 3 minus 1 mal Z3 plus 10 hoch 2 minus 1 mal Z2 plus 9 mal 1 plus nichts. Die Z0 habe ich ja weggehauen. Aber was ist denn 10 hoch 2 minus 1 ist 99, 10 hoch 3 minus 1 ist 9, 9, 9 und so weiter. Hier sind das halt 2n9er. Da stehen also lauter so 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. So, das heißt, der ganze Kladderadatsch, der hier hinten steht, ist durch 9 teilbar. Also wenn ich von der Zahl die Quersumme abziehe, dann ist der Rest auf jeden Fall durch 9 teilbar. Weil da bleiben hier immer als Vorfaktoren vor den Sets, bleiben immer durch 9 teilbare Sachen stehen. So. Und jetzt ist die Frage, wann ist die Zahl dann durch 9 teilbar? Ja, genau dann, wenn die Quersumme auch durch 9 teilbar ist. Weil dann ziehe ich von etwas durch 9 teilbarem etwas durch 9 teilbares ab und dann kommt wieder was durch 9 teilbares raus. Wenn jetzt die Zahl selber beim Teilen durch 9 einen gewissen Rest lässt und ich ziehe das ab, dann kann das ja nicht mehr durch, dann muss da Probleme geben. Also das hier, wenn das nicht auch durch 9 teilbar ist, dann ist das nicht durch 9 teilbar. Weil ich könnte es ja jetzt andersrum hinschreiben. Also ich könnte sagen, diese Zahl hier, die hier unten steht, plus die Quersumme ergibt die Zahl selbst. So. Und wenn jetzt die Quersumme durch 9 teilbar ist, das hier ist sowieso immer durch 9 teilbar, dann ist die Summe durch 9 teilbar, wenn die beiden Sachen durch 9 teilbar sind. Und wenn die Quersumme aber nicht durch 9 teilbar ist, dann ist der Kladradaccio oben zwar immer noch durch 9 teilbar, ich lege dann aber was drauf, was nicht durch 9 teilbar ist. Und dann bleibt der Rest übrig. Und dann ist es wieder nicht durch 9 teilbar in Summe. Also das hier ist nicht immer durch 9 teilbar, das hier ist auch nicht durch 9 teilbar immer, aber das hier ist durch 9 teilbar. Und weil die Zahl selbst, das was hier oben steht, ist, die Summe ist von der Quersumme, plus diesem Kladradaccio, der immer durch 9 teilbar ist, ist die Zahl genau dann durch 9 teilbar, wenn das auch durch 9 teilbar ist. Und funktioniert genauso beim Dreier. Ja, weil wenn es durch, ist genau dasselbe Argument im Grunde genommen. Die Zahl hier oben ist immer durch 3 teilbar, weil sie ja eh schon durch 9 teilbar ist. Wenn jetzt die Quersumme auch durch 3 teilbar ist, dann addiert man zwei Sachen, die durch 3 teilbar sind, hat man wieder ein Ergebnis, das durch 3 teilbar ist. So, vielleicht nochmal, wenn Sie mir das allgemein nicht glauben, wenn man mal sowas hinschreibt, 9 mal K plus 9 mal L, dann ist das wohl immer darstellbar als 9 K plus L. Das heißt, die Summe von 2 durch 9 teilbaren Zahlen ist wieder durch 9 teilbar, weil ich kann die 9 ausklammern. Wenn ich jetzt aber sage, die eine Zahl ist 9 K und die andere ist 9 K plus, sagen wir mal, 5. Und dann kann ich wieder die 9 ausklammern. Hier sollte dann L stehen. Aber es bleibt ja dann hinten immer noch die 5 über. So, das kriege ich da jetzt nicht mehr unter. Das heißt, das lässt dann immer noch diesen Rest von 5. Das heißt, wenn das hier jetzt meinetwegen wäre gewesen die Quersumme und das hier wäre diese Zahl minus Quersumme und dann steht ja hier Zahl insgesamt, dann ist es halt in diesem Fall, haut es überall hin, sind alle Zahlen durch 9 teilbar und in diesem Fall haut es halt nicht hin, ist es nicht durch 9 teilbar. Die 9er-Probe, sagt man auch, kannte schon Adam Ries in seinem berühmten Rechenbuch, wo 15. ist, na 16. ist ja unerkannt. Ja, wie hängen die Regeln mit dem Stellenwertsystem zusammen? Massiv. Wir haben ja benutzt, dass sozusagen 10 minus 1, dann überall die 9er rauskommen. Wir könnten genau dieselbe Teilbarkeitsregel formulieren, aber im Stellenwert zur Basis 8. Dann hätten wir die Quersummenregel für die Zahl 7. Weil dann ziehe ich die Quersumme ab, dann bleibt immer das 7 mal irgendwas Fache in dem Stellenwert davorstehen. Kann man sich mal überlegen, müssen wir mal durchrechnen mit den 7. Dann stehen in allen Stellenwerten, das heißt, im Stellenwertsystem zur Basis 8 gilt die Quersummenregel, eine Zahl ist genau dann durch 7 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 7 teilbar ist. Oder was auch offensichtlich ist, wenn ich hinten schreibe 8, dann ist, wenn die letzte Ziffer durch 2 oder 4 teilbar ist, 8 geht ja nicht, gibt es ja nicht als Ziffer, dann ist die Zahl selbst durch 2 oder 4 teilbar. Da brauche ich dann nicht die letzten beiden Ziffern angucken, weil ab der zweiten Stelle kommen ja nur noch Potenzen von 8 vor. Das heißt, die Teilbarkeitsregeln sind natürlich massiv abhängig vom gewählten Stellenwertsystem. So, jetzt könnten wir als Übung noch machen, finden Sie selber Teilbarkeitsregeln für die Teilbarkeit durch 3 im 3er-, 4er- und 6er-System. Können wir vielleicht im Kopf mal durchgehen. Teilbarkeit durch 3 im 3er-System ist besonders einfach. Muss hinten eine 0 stehen. Das ist die Teilbarkeitsregel für die Zahl 10 im 10er-System. Die Zahl ist genau dann durch 10 teilbar, wenn hinten eine 0 steht. Sonst nicht. Im 4er-System ist es die Quersummenregel, weil die 3 jetzt 1 kleiner ist als der Dings. Und wenn ich dann die Quersumme abziehe, habe ich genau wieder das dann vorne lauter Potenzen von 3, vielfache von 3 stehen und der Kladderadatsch. Und dann kann ich wieder mein Summenargument machen. Und im 6er-System, da darf sie hinten entweder eine 3 oder eine 0 stehen haben. Dann ist sie durch 3 teilbar. Die Zahl. Weil davor sind ja lauter Vielfache von 6. Ja, dann gibt es die Teilermenge. Das heißt, die Menge, in der alle Teile aufgezählt sind. Es gibt auch noch die echte Teilermenge. Echte Teiler sind Teiler, die nicht 1 oder die Zahl selbst sind. Bei der Teilermenge nimmt man aber die 1 und die Zahl selbst normalerweise dazu. Listet also alle Teiler. Man sagt manchmal ein echter Teiler, wenn das nicht die Zahl selbst oder die 1 ist. So kann man Brutvorst bestimmen, indem man einfach durchdonnert. Man guckt halt immer, wenn i ein Teiler von a ist, schreibe ich das in irgendeine Menge rein und teile die Zahl durch a. Und dann gehe ich halt weiter und teile immer weiter und teile immer weiter. Und irgendwann schmeiße ich dann die Teilermenge raus. So, das benötigt dann gegebenenfalls Wurzel a plus Teileranzahl halbe. Die Vision dauert also auch noch relativ lange. Soll uns aber jetzt gar nicht interessieren, sondern die Frage, können wir erahnen, wie viele Teiler eine Zahl hat? Ja, wie viele positive Zahl hat die Teiler an 1960? Leicht geht das, wenn man die Primfaktorzerlegung hat. Weil jetzt kann man sich überlegen, jeder Teiler muss sich als Produkt von Primfaktoren schreiben lassen. Wobei ich auch nur die 5 nehmen kann, ist natürlich auch ein Teiler. Aber irgendwelche von diesen Primfaktoren muss ich verwenden. Und jetzt kann ich quasi immer entscheiden. Also bei dem 2er kann ich mich entscheiden, wenn ich einen Teiler mir basteln will. Ich nehme den 2er entweder gar nicht in der Potenz 1, in der Potenz 2 oder in der Potenz 3. Das heißt, da habe ich 4 Möglichkeiten. Unabhängig davon kann ich mich entscheiden, nehme ich den 5er oder nehme ich ihn nicht. Da habe ich also 2 Möglichkeiten. Also habe ich schon 4 mal 2 Möglichkeiten. Weil ob ich den 2er nehme oder den 5er, hat ja nichts miteinander zu tun. Darf ich also mal nehmen. Hatten wir am Anfang mal gelernt in der Kombinatorik. Und bei dem 7er hätte ich jetzt die Möglichkeiten, ich kann den wieder gar nicht nehmen. Ich kann den einmal nehmen oder ich kann den zweimal nehmen. Habe ich also auch 3 Möglichkeiten. Äh, habe ich also 3 Möglichkeiten. Also 4 mal 2 mal 3 ist die Anzahl der Teiler. Kann man auch hinmalen und dann kommt man an jedem Ast, kommt man zu einem Teiler. Ich male so ein Baumdiagramm und sage erstmal so 0 mal den 2er, 1 mal den 2er, 2 mal den 2er, 3 mal den 2er. Und dann wieder 0 mal den 5er, 1 mal den 5er und dann 0 mal den 7er, 1 mal den 7er, 2 mal den 7er. Und wenn man jetzt die Pfade da alle nachverfolgen würde, entstehen lauter verschiedene Teiler. Wenn ich bei jedem Faktor sage, nein, dann kommt halt 1 raus. Wenn ich bei jedem Faktor sage, ja, dann kommt die Zahl selbst raus. Und hier ist zum Beispiel mal ausgewählt worden, 2 hoch 2 mal 5 hoch 1 mal 7 hoch 0. Dann wäre man beim Teiler 20. Jetzt ist auch klar, okay, die Menge der echten Teiler ist nicht so schwierig. Das ist einfach immer das, was bei diesen hier rauskommt, minus 2, weil den 1er und die Zahl gibt es ja eh immer. Man kann auch mal prüfen. Für Primzahlen haut das auch gut hin. Primzahlen haben zwei Teiler. Die Primzahl nehmen oder nicht nehmen. Jetzt kann man das noch etwas schicker in eine Formel schreiben. Dann sieht das so aus. Sagen wir mal, eine natürliche Zahl hat m verschiedene Primfaktoren, p1 bis pm. Und wir kennen auch die zugehörigen Exponenten e1 bis em. Dann habe ich e1 plus 1 mal e2 plus 1 mal Punkt, 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 mal em plus 1 Teiler. Das Plus 1 ist einfach immer, weil ich ja auch beim Exponenten immer 0 sagen könnte. Also wenn ich 7 hoch 3 habe, habe ich vier Möglichkeiten, den 7 auszuwählen. Gar nicht oder 1, 2, 3. Daher kommt das Plus 1 da jeweils in der Formel. Kann man sich überlegen, wie viele Teile haben Quadratzahlen? Kann man jetzt nicht allgemein sagen. Außer für Quadratzahlen von Primzahlen. Da kann man es ganz genau sagen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, naja. Sagen wir mal, ich habe die Zahl n und ich habe die Zahl n Quadrat. Jetzt hat die hier die Darstellung p e1 mal p e2 mal Punkt, 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 mal p e m, e m. Und dann hat das n Quadrat ist ja dann einfach p 1 hoch e1 mal Punkt, 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 mal p m hoch e m. So, jetzt fassen wir das noch wieder nach Potenzen zusammen. Und dann p 1 hoch e1 mal p 1 hoch e1 ist p 1 hoch 2 e1. Ja, Potenzrechnung. Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. So, und jetzt geht das so weiter. mal p 2 hoch 2 e2 mal Punkt, 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 mal p m hoch e2 e m. So, jetzt ist die Teileranzahlformel für das n Quadrat ergibt dann also 2 e1 plus 1 mal 2 e2 plus 1 mal 2 e m plus 1. So, was wissen wir denn über die Zahl sicher? Kann die gerade sein, wenn ich mal so blöde fragen darf? Nein, warum nicht? Das sind lauter ungerade Zahlen, weil da immer das Plus 1 dabei ist. So, das ist also immer eine ungerade Zahl. Triebzahlen haben eine ungerade Anzahl von Teilern. Das ist die Besonderheit. Andere können das auch haben, aber Primzahlen haben auf jeden Fall immer eine ungerade Anzahl von Teilern. Bisweilen, na genau die Primzahlen, das kann man auch umkehren, machen wir jetzt aber nicht so. Bisweilen steht hier, interessiert man sich aber für den größten gemeinsamen Teiler oder das kleinste gemeinsame Vielfache. Zum Beispiel Lehrer, die ihre Schüler quälen wollen und die von Hand Bruch rechnen lassen und dann das auf den gleichen Nenner bringen wollen und direkt den Hauptnenner haben wollen und nicht mit irgendeinem Produkt zufrieden sind, die hätten gerne das kleinste gemeinsame Vielfache. Und für gewisse Dinge ist auch der GGT ganz praktisch. So, wie bestimmt man den GGT? Also die faulste, die dümmste Methode ist, man bestimmt die Teilermengen beider Zahlen und dann bildet man die Schnittmenge. Und dann wählt man aus der Schnittmenge das größte Element. Ja, wenn man eine Teilerfunktion gebastelt hat, sich wie ich, dann ist das gar nicht so viel Aufwand. Ich schreibe einfach A, T, A ist die Teiler von A, T, B sind die Teiler von B, zack und dann Schnittmenge Maximum. Ist aber nicht sehr praktisch, weil ich dafür natürlich sämtliche Teiler der Zahlen erstmal auflisten muss und das dauert ganz schön lange. So, das ist nicht sehr effizient, steht hier, da braucht man halt mindestens so und so viele Schritte für. Das kann man immer sagen, naja, für so kleine Zahlen, die man mit Hand bearbeiten kann, ist das so ein bisschen Wurscht. Da kann man auch das machen, aber das ist halt kein effizientes Verfahren. Ist ja zum Teil auch ganz erfreulich, dass es da nicht so effiziente Verfahren gibt, weil teilweise auf dieser schlechten Bestimmbarkeit von gemeinsamen Teilern ja dann auch kryptografische Verfahren beruhen. So, andere Möglichkeit, etwas schicker, wenn man die Primfaktorzerlegung hat, dann kann man sich clever überlegen, was GGT und KGV sind. Ist jetzt rechnerisch auch wieder nicht so ein Riesenvorteil, weil die Primfaktorzerlegung bestimmen, ist zwar nicht ganz so aufwendig, wie sämtliche Teiler bestimmen, aber auch noch relativ aufwendig. Aber wenn es so von Hand geht, bei kleinen Zahlen geht das ja ganz gut. Ich probiere mal die 180, probiere ich erstmal durch die 2 und dann mache ich das immer so weiter. Das geht ja schrittweise zu Fuß noch ganz gut zu rechnen. So, wenn ich jetzt die stehen habe, schreibe ich die einigermaßen geschickt untereinander. Und jetzt sage ich mir, naja, der größte gemeinsame Teiler, also der kann jedenfalls einen Primfaktor nicht öfter enthalten, als hier der kleinste Exponent. Also 3 hoch 2 kann kein gemeinsamer Teiler von beiden Zahlen sein, weil 3 hoch 2 geht sich im B nicht aus, wie Sie sagen würden. Ja, so, das haut ja schon nicht hin. So, aber 3 geht. 3 ist okay, kann man sozusagen nehmen. So, und wenn der Teiler gar nicht in der Zahl vorkommt, dann ist es natürlich überhaupt nicht clever. Den dürfen Sie jetzt rechtlich nehmen. So, und dann bleibt hier nur die 3 und die 5 über und dann haben Sie die 15. So, jetzt genauso umgekehrt. Wenn Sie das kleinste gemeinsame Vielfache haben wollen, dann müssen Sie immer die größte Potenz nehmen, die oben vorkommt. Aber weniger kann es nicht sein. Also mindestens müssen Sie ja mal 2 hoch 2, Sie müssen sich das ja quasi so vorstellen, dass, wenn Sie das mal nehmen, muss das ja wieder so aufschreibbar sein, dass letzten Endes da A oder B irgendwie auch dadurch dividiert werden kann. Also Sie müssen ja 1.260, das muss ja durch 180 teilbar sein. Das heißt, wenn Sie da weniger als 2 hoch 2 nehmen, haut das jedenfalls nicht hin. So, wenn Sie die höchste Potenz nehmen, geht es aber immer, weil dann geht es sicher durch die Zahl, wo der in der höchsten Potenz vorkommt. Also Sie müssen zum Beispiel die 4 nehmen oder die 2 hoch 2, weil sonst geht es nicht durch 180. Und Sie müssen die 7 nehmen, weil sonst geht es nicht durch 105. Wenn Sie die höchste Potenz nehmen, dann wird es aber sich immer ausgehen. Und das Schöne ist jetzt, dass man hieraus auch direkt erkennt, dass A mal B dasselbe ist wie GGT mal KGV. Weil, warum? Naja, für den GGT wählen Sie hier oben von den beiden Zahlen immer das aus, wo das am kleinsten ist. Und für das KGV wählen Sie das aus, wo das größte ist. Das heißt, Sie haben aber beides auch tatsächlich ausgewählt. Weil eine Zahl ist die größere und eine Zahl ist die kleinere. Wenn Sie beide gleich sind, machen Sie es aber genauso. Dann haben Sie oben zweimal den Dreier stehen, meinetwegen, und unten zweimal den Dreier. So, und das können Sie für jeden Primfaktor sagen. Also in diesem Produkt hier unten, GGT mal KGV, taucht auch tatsächlich jede der Zahlen oben wieder auf. Nur anders sortiert. Hier sieht man jetzt, beim GGT habe ich halt nur den 3er und 5er. Beim B habe ich den 3er und den 5er, den 7er. Der 7er geht halt ins KGV rein. Bei den anderen ist es leider dämlicherweise so gemacht, dass beim A immer die größere Potenz ist. Das Beispiel wäre noch schöner, wenn hier oben stehen würde 2 hoch 2 mal 3 und hier unten dann 3 hoch 2 mal 5 mal 7. Dann würde man die Variation noch sehen. Aber dadurch ist dann direkt klar, dass GGT mal KGV dasselbe sein muss. Weil die größere Potenz von den beiden oben taucht halt beim KGV aus. Die kleinere taucht beim GGT auf, je Primfaktor. So, und hier steht dann nochmal der GGT. Da ist es halt nur in Formelschreibweise hingeschrieben, was ich Ihnen eh gerade gesagt habe. Entsprechend für das KGV, da nimmt man halt immer den größten. Und dann ist klar, dass daraus diese Aussage folgt. Habe ich auch schon gesagt. So, das könnte man auch benutzen, wenn man sich einen Algorithmus zur Primfaktorzerlegung schreibt. Dann kann ich theoretisch das auch in der Programmiersprache natürlich so machen, dass ich sage, ich nehme immer den Primfaktor in der Potenz der kleineren Zahl. Ist aber auch noch nicht sehr effizient, weil man viele Divisionen für A und B braucht. Und deswegen beschäftigt man sich auch noch mit einem weiteren Verfahren, nämlich mit dem euklidischen Algorithmus. So, der kommt garantiert in der Prüfung vor, weil da kann man schöne Rechenaufgaben zu stellen. Letztes Jahr habe ich immer was genommen. Vor allem kann man da fuschfreundliche, also unfreundliche Aufgaben stellen. Da nimmt man es immer, nehmen Sie die ersten oder nehmen Sie die mittleren vier Ziffern Ihrer Matrikelnummer und bestimmen Sie den GGT mit Ihrem Geburtsdatum. Dann hat jeder quasi seine eigene Aufgabenstellung. Dann kann ich so leicht gefuscht werden. Ist ein bisschen unfair für die Leute. Wo hinten Nuller bei der Jahreszahl stehen. Und es erzeugt auch etwas zu wenig Varianz. Weil durch die Jahrgänge halt sehr viele Leute mit demselben Geburtsjahr dabei sind. Also muss man am besten das Jahr nicht mitbenutzen. Gut, wie funktioniert das? Hier ist das mal an einem Beispiel hingeschrieben. 1960 und 686 wieder dasselbe. Jetzt überlegt man erst mal, wie oft passt eigentlich die 686 in die 1960 rein. Das ist zweimal, das ist aber gar nicht so entscheidend. Der Rest ist 588. Und jetzt kommt die clevere Überlegung. Jetzt sagt man, naja, wenn es eine Zahl gibt, die sowohl 1960 als auch 686 ganzzahlig teilt, da muss sie natürlich auch wieder die 588 ganzzahlig teilen. Sonst wird das ja nicht hinhauen. Wenn die Zahl sowohl 1960 teilt als auch 686, da muss sie auch die Differenz, also 1960 minus dieses zweimal 686 teilen. Okay, das heißt aber doch, dass ein gemeinsamer Teiler von 1960 und 686 immer auch ein Teiler von 588 sein muss. Also guckt man jetzt, wie oft geht eigentlich die 588 in die 686 rein. Kommt einmal raus, kommt raus 98. Jetzt kommt wieder dasselbe Argument. Also jeder gemeinsame Teiler von 686 und 588 muss aber auch 98 ganzzahlig teilen. Sonst haut das ja nicht hin. So, also da gucke ich mal. Und dann, ah, Schwein gehabt, in die 588 geht die 98 sechsmal rein. Und jetzt kann ich überlegen, naja, aber wenn die 98 in die 588 sechsmal reingeht, dann kriege ich die aber auch in die 686 unter, weil das ist ja einfach 98 plus 6 mal die 98 dann. Also 7 mal die 98 ist genau die 686. Und jetzt kann ich hier oben wieder überlegen, Aha, 2 mal 7 mal 98 ist ja genau zweimal das hier. Plus nochmal die 588, die war sechsmal die 98. Also geht hier die 98 hier auch überall rein. Also geht sie auch in die 1960 ganzzahlig rein. Man kann das auch grafisch sich überlegen. Das ist so die klassische Fragestellung ist, man hat verschiedene Strecken und man sucht jetzt, also so eine dämliche eingekleidete Aufgabe wäre, Sie haben zwei verschieden lange Stöcker und Sie wollen die jetzt in lauter gleich lange Stücke zerschneiden. Also so, dass man nachher lauter gleich lange Stücke hat. Also braucht man irgendwas, was ganzzahlig in beides reinpasst, damit die Stücke dann nachher alle genau gleich lang sind. So, und dann kann man das sagen, sagen wir mal, also Sie haben einen Holzstamm, der ist 270 Zentimeter lang und einen, der ist 96 Zentimeter lang. Und jetzt wollen Sie den in lauter gleich lange Stückchen schneiden. Dann sagen Sie, naja, also zweimal geht sich die 96 in der 270 aus, das reicht aber noch nicht, das ist noch nicht klein genug gesäbelt. Jetzt muss ich ja dieses Reststück, die 78, auch noch irgendwie säbeln. Jetzt war ja also eine Länge, die passt gleichmäßig in die 78 und die 96 rein. So, dann stelle ich fest, ah, das geht einmal, aber da bleibt ein Rest von 18. Ja, jetzt muss ich wieder weiter meine Stöcker zersäbeln. Jetzt nehme ich die 78 und sage, okay, 78 und 18, wie oft geht denn die 18 in die 78 rein? Ja, dann stelle ich fest, das passt viermal, aber dann bleibt immer noch ein Rest von sechs über. Und dann vergleiche ich dieses 18er Stück mit dem 6er Stück und stelle fest, also dreimal geht der 6er in dem 18er. Und jetzt kann ich wieder zurück überlegen, da geht auch alles andere durch sechs. Ob ich da jetzt viel von habe, weil jetzt habe ich Kleinholz. Also sechs Zentimeter ist vielleicht nicht so lang, aber das funktioniert so. Man kann das auch noch so machen, dass man sich das als Quadrat denkt und sagt, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Bart mit 96 Zentimeter Breite und 270 Zentimeter Tiefe und Sie suchen jetzt ganzzahlige Kacheln. Also Kacheln, wo Sie wirklich ganzzahlig das auslegen können. So, dann brauchen Sie sechs Zentimeter Kacheln. Das ist halt nicht gerade praktisch. Und wie ist das hier gemacht? Die Idee ist jetzt quasi die, dass Sie sagen, ich nehme einfach mal hier die Länge in den Zirkel, hier oben die, und trage die hier unten runter ab. Dann lande ich hier und dann trage ich die nochmal ab. Und dann geht es, ups, jetzt passt es nicht mehr, jetzt habe ich ein Reststück. Jetzt sage ich, okay, dann probiere ich das hier einfach so, dass ich sage, ich trage jetzt hier mit dem Zirkel so die Länge rüber und sage, ah Mist, geht sie auch nicht glatt auf. Okay, dann nehme ich wieder von dem Reststück die Länge, trage die ein paar Mal hintereinander ab, habe ich wieder ein Reststück, trage das ab. Und jetzt kann ich mir auch wieder überlegen, ah, jetzt kann ich aber dann natürlich rückwirkend dann damit alles füllen. Ja, das ist so die grafische Darstellung. Hier ist das auch nochmal für ein etwas größeres und aufwendigeres Zahlenbeispiel schön hingeschrieben. Sie haben die Zahl 64.589 und die Zahl 3.178. Und jetzt sagen Sie, aha, jeder gemeinsame Teiler von 64.589 und 3.178 geht auf, auch in 1029. Ja, muss so sein, weil sonst, wenn das, dann wird ja sonst ein Rest bleiben. Wenn das hier dadurch teilbar ist und das hier dadurch teilbar, ich ziehe das ab, dann muss der Rest auch noch durch diesen gemeinsamen Teiler teilbar sein. Rutsche ich in die zweite Reihe, geht das immer so weiter. Und am Ende stehe ich jetzt in der letzten Zeile und da kann ich aber jetzt sagen, okay, 91 ist gleich 3 mal 28 plus 7. 28 ist 4 mal 7. Die 7 geht offensichtlich ganzzahlig auf in der 28. Das sagt mir die letzte Zeile. Die Zeile davor sagt mir, da muss sich die 7 aber auch ganzzahlig in der 91 ausgehen, in der 1029 ausgehen, in der 3.178 ausgehen, in der 64.589 ausgehen. Und das ist eine Zahl, habe ich ja gerade gesucht, die sich sowohl in der 3.178 als auch in der 64.589 ganzzahlig ausgeht. Und ich kriege auch wirklich den größten, weil das erste, also hier ist immer die größte Zahl, wo hier zum ersten Mal 0 steht. Es ist außerdem auch wieder ein Verfahren, was auf jeden Fall abbrechen muss, weil hier hinten die Reste mit jedem Schritt echt kleiner werden. So, da ist das nochmal allgemein hingeschrieben mit Qs und Bs und Rs und so. Das ist aber jetzt auch nicht so super spannend. Das ist halt einfach die fortgesetzte Division mit Rest, wobei allerdings in jedem Schritt, anders als beim Stellenwertsystem, da haben wir ja immer die Division mit Rest bezüglich derselben Zahl durchgeführt, ist das ja hier die Division mit Rest, wo jedes Mal der Divisor, also die Zahl, durch die geteilt wird, angepasst wird. Hier im zweiten Schritt haben wir jetzt stehen Q2 mal R1 plus ein zweiter Rest. Und bei der Stellenwertgeschichte hatten wir ja Q1 mal B plus R, dann geht es in die zweite Zeile, dann steht hier Q1 ist gleich Q2 mal B plus R2. Also da ist die Ersetzung einfach eine andere. Ja, kann man auch in Tabellenkalkulationen machen, gibt es aber auch eingebaut in GeoGebra, ist in GeoGebra auch für Listen von mehr als zwei Zahlen definiert, weil man kann sich auch überlegen, dass der GGT von drei Zahlen ist auch eindeutig definiert, spielt auch die Reihenfolge keine Rolle und so. Man kann das auch, das ist glaube ich so ziemlich auch das erste Beispiel, was man kennenlernt in Einführung in die strukturierte und objektorientierte Programmierung überhaupt für einen Algorithmus ist genau der GGT-Algorithmus. Der ist sehr effizient, aber die Formel ist etwas merkwürdig. 2,39 mal Logarithmus zur Basis 10 des Produkts ist die Anzahl der Schritte, die erforderlich ist. Das hat was zu tun mit den Fibonacci-Zahlen. Wenn man zwei Fibonacci-Zahlen hat, wenn Sie nicht wissen, was eine Fibonacci-Zahl ist, ist das jetzt blöd. Vielleicht noch Fibonacci-Zahlen sind die hier. Erste Fibonacci-Zahl ist 1, zweite Fibonacci-Zahl ist auch 1, dritte Fibonacci-Zahl ist die Summe der ersten beiden, also 1 plus 1 ist gleich 2. Nächste Fibonacci-Zahl ist 1 plus 2 ist gleich 3. Nächste Fibonacci-Zahl ist 2 plus 3 ist gleich 5. Und wenn Sie zwei benachbarte Fibonacci-Zahlen haben, das ist der Worst Case für GGT-Berechnung, weil dann braucht man genau diese schlimmste Anzahl der Schritte. Und die Fibonacci-Zahl hat halt, da kommt irgendwie diese 2,39 her. Ist jetzt nicht so spannend, aber wenn hier ein Logarithmus da steht, das ist natürlich sehr, 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 sehr viel besser, als wenn da irgendwas mit der Wurzel steht. Logarithmus macht ja total klein. So hat man viel weniger Schritte. So, jetzt gibt es noch den sogenannten erweiterten euklidischen Algorithmus, beziehungsweise das Lämmer von Besou. Für alle A, B, Element Z gibt es Zahlen ST. So das gilt. GGT von AB kann ich schreiben als S mal A plus T mal B. So, machen wir mal ein Beispiel, was nicht auf der Folie steht, aber was ich vorher mal gerechnet habe, damit es auch nicht falsch wird. So, ich habe mir gedacht, wir nehmen mal die Zahlen 396 und 121 und wollen den GGT wissen. GGT. So, also wenn da jetzt stehen würde GGT 121, 396, man dreht das immer so um, dass man mit der größeren Zahl anfängt. So, das habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt. 396 ist gleich 3 mal 121 plus Rest 33. Sage ich mal so, könnte hinkommen. 360, ja, 300, ja, klingt gut. Und 121 ist gleich 3 mal 33 ist 99 plus 22. 33 ist 1 mal 22 plus 11, klingt auch gut. Und 22 ist gleich 2 mal 11 plus 0. Der letzte von 0 verschiedener Rest ist der GGT. Jetzt sagt das Lemma von Besou. Lemma von Besou. Es gibt Zahlen S, T, sodass 396 mal S plus 121 mal T ist gleich 11. Wobei diese hier, die sind Element Z. Sonst kommt uns das natürlich merkwürdig vor. Ja, wie bestimmt man die? Das macht man durch geschicktes Rückrechnen. Man schreibt einfach die Gleichung, ich schreibe das jetzt von unten nach oben, man schreibt einfach die Gleichung rückwärts auf, sodass man die Zahlen ablesen kann. In der letzten Zeile steht, wenn ich das mal anders hinschreibe, steht hier ja, in der Zeile, mit der muss man anfangen, Entschuldigung, 11 ist dasselbe wie, hier fange ich an, weil hier steht irgendwas mit 11, 11 ist gleich, jetzt bricht das auf die andere Seite, 33 minus 1 mal 22. Okay, 22 will ich aber gar nicht haben, ich will ja 396 und 121. Jetzt muss ich, also jetzt gehe ich in die nächste Zeile und gucke mal, wie ich die 22 ersetzt kriege, weil die ist hier ja der Rest. Den Rest schreibe ich aber wieder hin. 11 ist gleich 33 minus 1 mal, Klammer auf, und jetzt steht hier 22 ist gleich 121 minus 3 mal 33. So, das kann man jetzt noch ein bisschen schöner hinschreiben. Minus 121 minus 1 mal 33 minus 1 mal minus 3 mal 33 ist plus 4 mal 33. So, 33 ist aber auch noch Schiss, 121 ist ja irgendwie schon super, 121 wollte ich haben. Jetzt gucke ich halt in dieser Zeile noch, dass ich die 33 auch noch wegkriege. So, also 11 ist gleich, das schreibe ich wieder hin, ich schreibe vielleicht mal minus 1 mal 121, das ist vielleicht noch besser. So, jetzt steht hier plus 4 mal, und jetzt muss ich die 33 wieder ersetzen. Statt der 33 schreibe ich hin, 396 minus 3 mal 121, Klammer zu. So, jetzt muss ich das ausrechnen. Wird der Platz ein bisschen eng, hätte ich nicht so weit wegschreiben sollen. Minus 1 mal 121, also machen wir mal hier hinten, plus 4 mal minus 3 ist minus 12. Minus 12 plus minus 1 ist minus 13. Also minus 13 mal 121, plus 4 mal 396, plus 4 mal 396. Okay, jetzt weiß ich also, 396 mal 4 plus 121 mal minus 13 ist gleich 11. So, jetzt für die Übung bin ich natürlich immer so ein bisschen fies und schreibe da gar nicht hin, bestimmen Sie das so, dass da hinten der GGT wieder rauskommt. Natürlich geht jetzt auch jedes Vielfache des GGTs. Wenn ich fies wäre, würde ich zum Beispiel schreiben, ist gleich 55, dann müssen Sie das alles durchrechnen. Ja, aber ist auch nicht so schwer. Jetzt können Sie einfach beide Seiten mit 5 mal nehmen. Da passt natürlich das 4 und minus. Also, müssen Sie einfach sagen, nicht mal 4, sondern mal 20 und nicht mal 13, sondern minus 5 mal 13. Dann kommt hier hinten 55 raus. Das ist ja klar, weil wenn ich hier vorschreiben würde, 5 mal, ist gleich 5 mal 11. Und das ist aber dasselbe wie 5 mal 396 mal 4. Die 4 schreibe ich jetzt nach vorne. Plus 5 mal minus 13 mal 121 ist gleich 55. So, das heißt, da brauche ich einfach nur das Mehrfache nehmen. Wenn ich noch fieser bin, schreibe ich gar nicht hin 55, sondern 22. Dann erkennen geschickte Leute, dass sie in dieser Zeile anfangen, also ungeschickte Leute rechnen das dann genauso, wie wir es gerechnet haben und nehmen nachher alles mal 2. Geschickte Leute brechen dann schon in dieser Zeile ab und sagen, ah, hier steht ja schon 22 ist gleich 121. Dann kürzt man sich den Prozess ein bisschen ab. Weil, was man dazu sagen muss, diese Zahlen sind nicht unbedingt, also sind nicht eindeutig bestimmt. Es gibt da mehrere korrekte Lösungen. Im Allgemeinen. Das nennt man den erweiterten Neuklinischen Algorithmus. Auf den Folien ist der dann auch noch mit einem viel längeren Beispiel drauf. Funktioniert aber genauso, wie ich das gemacht habe. Der einzige Unterschied ist, hier ist das jetzt so hingeschrieben, dass das nicht immer so schön wie bei mir neben der Zeile steht, wo ich das abgelesen habe, sondern hier steht sozusagen dieses 12 gleich 276 minus 2 mal 132. Das ist diese Zeile. und dann 12 ist gleich, da geht es weiter mit der Zeile und so. Das heißt, da steht da die Zeile nicht so schön nebeneinander, wie es bei mir steht. Ja. Also für die Übungsaufgabe, da gibt es auch eine super Seite, die einem im Internet diese ganzen Zahlen ausdruckt. Hilft Ihnen halt nichts für die Prüfung, weil da haben Sie keinen Internetzugang. Insofern würde ich das mal auch zu Fuß mal üben, damit man das dann nicht in der Prüfung das erste Mal zu Fuß machen muss. So, jetzt kommen wir zur modularen Arithmetik. Ei, ei, ei. Das wird ja zeitlich ganz schön eng. Dabei hatte ich so schöne Beispiele. Wir feiern... Na, schauen wir mal, wie viel wir noch schaffen. Ene, mene, miste. Ich weiß nicht, hier zählt man, glaube ich, nicht mit Ene, mene, miste ab. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste, Ene, mene, meck und du bist weg. Wenn so acht Kinder stehen so rum und dann drehen sie sich immer so um und du bist weg und dann ist der dran beim Suchen, wenn die anderen sich verstecken gehen. Ich weiß nicht, ist das bei Ihnen am, dam, des, habe ich mal gehört, geht es hier als Abzählreime. Abzählreime hat... Das ist auch eine andere Generation. Heute spielen die Kinder ja nicht mehr draußen verstecken, da gibt es eh keine Abzählreime. So, aber Sie können sich das im Prinzip vorstellen. Und jetzt ist ja die Frage, wenn man das zum Beispiel macht, man hat mal acht Kinder und ich zähle im Uhrzeigersinn so ab. Wann kommt eigentlich ein Kind zum zweiten Mal dran? Also wenn ich immer so, weil ich immer der Reihenfolge nach weiter zähle, in der nächsten Runde ist es dann das nächste Kind, in der Runde danach ist es wieder das nächste Kind und so weiter. Können überhaupt alle Kinder drankommen? Und so, da gibt es ja einige interessante Fragen. Man könnte das jetzt mit GeoGebra machen, da ist auch so ein Link drauf, dann zählt der Ihnen das so ab. Wir machen das jetzt mal von Hand. und zwar sage ich, das muss man einfach geschickt sich überlegen. Man stellt die Kinder nämlich gar nicht, ich stelle die jetzt mal nicht im Kreis auf, sondern einfach so nebeneinander. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, jetzt ist ja das Kind 18 Silben, hat mein Abzählrein, also hier geht es los. E, Ne, Me und immer so weiter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bei neun bin ich wieder beim ersten Kind. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, bin ich wieder beim achten Kind. Siebzehn, achtzehn. So, also Kind zwei wird als erstes ausgezählt. Jetzt geht es wieder weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, bin ich natürlich wieder bei dem Kind. Siebzehn, achtzehn, bin ich zwei Kinder weiter. Ah, jetzt, äh, jetzt haben Sie wahrscheinlich eine Ahnung, welches Kind als nächstes dran ist nach dem Viererkind. Das sechster Kind wäre als nächstes drin, ne? So, jetzt geht das so weiter. Also das rückt natürlich immer um zwei weiter. Beim ersten Mal sind Sie beim zweiten Kind, weil zweimal acht ergibt genau sechzehn, dann sind Ihnen aber noch zwei übrig. So, beim zweiten Mal auszählen, haben Sie wieder zweimal acht da drauf, sind Sie wieder beim Kind zwei, aber es bleiben Ihnen noch zwei übrig, sind Sie beim Kind vier. Also nochmal, dann sind Sie beim Kind sechs, nochmal sind Sie beim Kind acht und danach sind Sie wieder beim Kind zwei. Also das Kind zwei ist als erstes auch wieder dran. Und, also, der Abzählreim ist Mist für acht Kinder, weil Kind eins, drei, fünf, sieben sind irgendwie nie dran. So, das ist vielleicht nicht ganz so clever. Also, das ist blöd. Wenn Sie eine gerade Anzahl von Kindern haben, dürfen Sie keine gerade Anzahl von Abzählreimen haben. dann gibt es immer Probleme. Die müssen teilerfremd sein, damit das gut funktioniert. Die beiden zahlen, dass auch wirklich jedes Kind mal drankommen kann. So, jetzt kommt die etwas spannendere Erwachsenen-Variante. Last Man Standing. Acht Gefangene stehen im Kreis. Es wird Beginn mit eins im Uhrzeigersinn abgezählt. Der Abgezählte wird erschossen. So, in der zweiten, dritten Runde wird im Uhrzeigersinn beginnend beim nächsten Überlebenden erschossen. Das nennt man dann auch das Josephus-Problem. Ich weiß nicht, der Josephus hat sich das als erstes Mal angedacht. Also, an welcher Stelle will man dann stehen? Das funktioniert so ähnlich, ist ein bisschen komplizierter. Da ist das ja so, da muss man sich überlegen, okay, also, erstes Kind ist, das erste tote Kind ist, also, Kind jetzt, Okay, da wollte ich ja Erwachsene nehmen. Das erste Erschossene ist jetzt, ist jetzt das Zwei. Zwei, okay. So, aber, also sozusagen, das erste Mal müssen Sie gucken, wie oft geht die Acht in die Sechzehn, äh, in die Achtzehn, weil Achtzehn ist mein Abzählreim. Okay, da kann ich schreiben, Achtzehn ist gleich zweimal Acht plus zwei, ist also Kind zwei dran. Nächste Runde geht es jetzt weiter. Aha, jetzt sind ja nur noch sieben da. Jetzt habe ich wieder, jetzt muss ich sagen, okay, die, die zwei, den Zweier mal je mehr. Jetzt geht es ja weiter, jetzt muss ich gucken, aha, jetzt, jetzt, wie oft geht das da rein? Zwei, das rutscht jetzt also dann vier Kinder weiter. Das nächste tote Kind ist also das sechste. Und jetzt kann man das so weitermachen. Ja. Und das hat was mit dem Rechnen, mit Resten offenbar zu tun und das nennt man auch Modulo-Rechnen. Ja, so, das waren die etwas, ist aber ein bekanntes Problem und auch eine typische Programmieraufgabe, das mal zu programmieren. Kann man ja auch anderen, anderen Sinn geben als dieses Erschießen, das ist ja nur, damit es ein bisschen lustig ist. Zur Erinnerung nochmal, wir hatten die Definition mit Rest. und auf Basis, wir hatten ja die Division mit Rest kennengelernt und die kann man auch auf Z erweitern. Wahrscheinlich ist da noch irgendwo ein Tippfehler da, drinnen oben ist aber jetzt nicht so wichtig. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Zahl Element Z und eine Zahl N Element N, dann bezeichnet man mit A Modulo N den kleinsten nicht-negativen Rest, der bei Division von A durch N entsteht. Also jetzt zum Beispiel bei unserer 18, 18 Modulo 8 ist der kleinste Rest, der bei Division durch 8, der kleinste nicht-negative Rest, der bei Division durch 8 entsteht. Das ist 2. Wenn Sie jetzt minus 18 hätten, sieht es ein bisschen anders aus. Minus 18 Na, müsste eigentlich auch dasselbe sein. Schauen wir mal. Der kleinste nicht-negative Rest. Minus 18 geteilt durch 8 ist gleich. Wie oft geht die 8 in die minus 18 rein? Minus 2 mal Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Minus 2 mal 8 8. So, minus 2 mal 8, aber dann hätten Sie ja noch minus 2. Das ist also doof, das müssen wir also nicht nehmen. Also müssen wir sagen, minus 3 mal 8, dann haben wir minus 24 plus 6. also ist hier für die minus 18 ist tatsächlich 6 der Rest, weil das ist der kleinste nicht-negative Rest bei Division durch 8. Sehen wir aber auch gleich noch, weil man kann das, ich hoffe, das ist schon hier auf der Folie, man kann sich das so vorstellen, dass das ist einfach Zählen entlang einer Uhr. Wobei die Uhr ist jetzt nicht unbedingt die Uhr, die Sie kennen, mit den 12 Stunden, sondern jetzt haben wir hier zum Beispiel mal eine Uhr, bei der gibt es nur 8 Stunden. So, jetzt stellen Sie sich vor, also es gäbe nur 8 Uhrzeiten, 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, dann ist wieder 0 Uhr, 7 Uhr, und jetzt sagen Sie, Sie fangen um 0 Uhr an zu arbeiten und arbeiten 18 Stunden lang, wie spät ist es dann am Ende? dann ist es halt 2 Uhr, weil Sie gehen jetzt einfach rum und zählen so weiter, 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, wie Sie das an der Uhr auch machen würden. Also, Modulo-Rechnung ist eigentlich Zählen entlang einer Uhr, weil dann ist natürlich die 0, 0 Uhr ist dasselbe wie 8 Stunden später, ist es wieder 0 Uhr, 16 Stunden später, ist es wieder 0 Uhr, 24 Stunden später, ist es wieder 0 Uhr, wenn Sie nur 8 Uhrzeiten haben. Bei Ihnen im Kopf jetzt mit der normalen Uhr, 0 Uhr, 12 Stunden später, oder 12 Uhr, 12 Stunden später, ist es wieder 12 Uhr, 24 Stunden später, ist es wieder 12 Uhr, 36 Uhr. So, aber genauso 1 Uhr, wann sind Sie wieder auf 1 Uhr? Ja, sind Sie auch nach 8 Stunden, also bei dieser 8. Uhr, also um 9 Uhr, um 17, um 25 und so weiter. So, und die fallen alle in eine Restklasse. Und wenn man jetzt aber rückwärts zählt, die 18 Stunden, können wir auch mal machen, also 0, und dann haben wir 1 ist 7, 18 ist aber lästig. So machen wir mal zwei Runden, dann haben wir schon mal die 16 Stunden gezählt, weil die minus 16 ist ja auch, und jetzt muss ich noch zwei Stunden zurückzählen, dann bin ich bei 7 und dann bin ich bei 6 und das ist auch genau die Restklasse 6, die ich Ihnen gerade gesagt hatte. Und minus 18 bin ich ja jetzt andersrum gelaufen. So kann man auch mit Turtle-Grafik basteln oder wenn Sie in Wolfram Alpha irgendwie Modulo-Sachen eintippen, dann zeigt er Ihnen automatisch immer die Darstellung an dieser komischen Uhr. Ja, ach so, da wollte ich gar nicht hin. So, jetzt gibt es eine Addition und eine Multiplikation Modulo N. Und zwar kann man sich fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel 16 plus 23 ausrechnen will und mich aber nur interessiere für das Ergebnis Modulo, ich mache jetzt absichtlich wieder 12. Also wenn Sie sagen, Sie fangen um 12 Uhr an zu arbeiten, dann arbeiten Sie 16 Stunden und dann nochmal 23 Stunden, wie viel Uhr ist es dann? So. Ja, dann funktioniert das so, dass man sagt, naja, man bestimmt halt die Summe und dann davon das Modulo. Also 16 plus 23 und dann rechts und so aus. Gut, ist jetzt nicht so verblüffend. So ist die Addition definiert und die Multiplikation ist genauso definiert. Die Multiplikation Modulo N, die schreibe ich immer mit so einem kleinen N unten dran, beziehungsweise wenn es die Multiplikation und Addition Modulo 8 ist, schreibe ich die mit so einer kleinen 8 unten dran. Das ist einfach normal, die Zahlen multiplizieren oder addieren und dann das Modulo davon bilden. 4 plus 6 ist 10, 10 ist aber noch größer als 8, also muss ich das noch reduzieren, dann kommt die 2 raus, weil 10 ist gleich 1 mal 8 plus 2. Dann kann man so Multiplikations- und Additionstabellen auch aufstellen, in denen man quasi alle Fälle hat, weil es gibt ja nur sechs verschiedene Reste, wenn Sie zum Beispiel die Addition Modulo 6 betrachten. Es kann keinen Rest haben, es kann den Rest 1, 2, 3, 4, 5 haben und jetzt kann man alle Fälle mal durchprobieren. Wenn ich Rest 1 plus Rest 1 ergibt Rest 2, Rest 1 plus Rest 0 ergibt Rest 1. So, interessant wird es eigentlich erst bei sowas wie Rest 4 plus Rest 3, da kommt ja eigentlich Rest 7 raus, Rest 7 kann ich aber wieder 6 abziehen, bin ich also bei 1. und bei der Multiplikation genauso, wenn ich 2er Rest habe und ich habe 3er Rest, also wenn ich 2 mal 3 rechne, kommt 6 raus, kommt Rest 0 raus, weil das ist dann wieder in der Nuller-Klasse. Also so kann man quasi so komplette Multiplikations- und Additionstabellen dafür aufstellen. So, jetzt kann man sich überlegen, welche Rechenregeln gelten denn eigentlich, wenn man mit Resten rechnet und da gilt so ziemlich alles, was man so auch aus der Analyse ist, wenn man mal was vom Körper und so gehört hat oder sowas, also da hat man schon relativ viel, was man so gewohnt ist und es ist auch relativ leicht zu zeigen, dass das alles so okay ist. Nehmen wir mal das Erste, die Kommutativität. Also wenn ich 2 Reste addiere, dann ist das egal, ob ich A plus B und B plus A rechne. So, das ist so ein ganz langweiliger Beweis. Blitzbeweis A plus N B ist dasselbe wie definitionsgemäß A plus B mod N. Jetzt ist aber A plus B ist ja laut ganz normalen Rechenregeln für ganze Zahlen kommutativ. Also steht da B plus A mod N und das ist aber laut Definition dasselbe wie B plus N A. Langweilig. Die ganzen Beweise sind so langweilig. Die sind alle nicht spannend, deswegen mache ich auch nicht alle, weil das einfach immer dran liegt, dass die das quasi erben von den Rechengesetzen der ganzen Zahlen. Es gibt auch ein neutrales Element. Wenn ich zu einer Zahl 0 addiere, dann ändert sich natürlich auch am Rest bei Division durch 8 nichts. Und es gibt auch ein inverses Element, das ist hier nur so ein bisschen umständlich hingeschrieben. Also normalerweise ist das inverse Element einfach immer bei Modulo 8 ist das inverse Element zu 3 8 minus 3 und bei Modulo N N minus. Also ist auch klar, weil wenn ich 3 habe und addiere dann auf 8 plus 3, 8 minus 3, dann ist das ja 8 plus 5 und 8 plus 5 ist aber genau 8. Also 8 liegt in der Nuller-Klasse. Also wenn ich auf die Zahl A N minus A drauf addiere, kommt ja raus, A plus N minus A kommt N raus und N liegt aber Modulo N immer in Null. Also lässt den Rest Null. Jetzt ist nur bei dem Null, muss man aufpassen, was ist die neutrale Klasse fürs Null. Da würden Sie ja sagen, aha, wenn ich von N Null abziehe, ist also das neutrale Element 6. Es gibt aber gar keinen 6er Rest. Also wenn bei Division durch 6 kommt der 6er Rest ja gar nicht vor. Das ist dann wieder der Nuller Rest. Das heißt, das inverse Element für die Null ist die Null selbst. Und sonst ist es einfach immer die Modulo Zahl minus die Dings. Für die Multiplikation gibt es auch Rechenregeln. Das sind auch so die, die man üblicherweise gewohnt ist. Es ist kommutativ, das heißt sich da vertauschen. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Das heißt, ich kann die Klammern weglassen. Es gibt ein neutrales Element, das ist die Einser-Klasse. Und das ist auch distributiv. Das heißt, multiplizieren und additieren verhalten sich bei Resten so, wie man das auch von der Addition und Multiplikation von normalen Zahlen gewohnt ist, dass man das so aufteilen darf. Das Einzige, was es nicht immer gibt, ist ein inverses Element. Da gibt es dann einen Satz zu, dass es nur für Primzahlen ein inverses Element gibt. Was ist ein inverses Element? Inverses Element würde bedeuten, dass ich die Einser-Klasse erzeugen kann. Also gesucht ist irgendeine Zahl, so dass ich in den Einser-Rest reinkomme. Meine erste Zahl hat meinetwegen den Rest 2 und jetzt suche ich eine andere Zahl, so, dass ich das mal nehmen kann, dass ich auf Eins als Ergebnis komme. Und das gibt es nicht immer. Das gibt es immer für Primzahlen. Wir sehen das hier in der Tabelle relativ deutlich für den Sechser. Wenn man mal nachguckt und sagt jetzt, also ich habe den Zweier und jetzt suche ich irgendeine der anderen Klassen, so dass da als Ergebnis Eins rauskommt. Gehen Sie das mal durch? Finde ich nicht. Für den Vierer auch nicht. Warum? Weil die gemeinsame Teile haben. Wenn man jetzt mal scharf überlegt, wenn ich rechnen würde, der Zweier und der Sechser, die haben einen gemeinsamen Teiler und ich finde jetzt keine Zahl so, dass ich das mal nehmen kann, dass ich dann in den Einser reinkomme. Das geht irgendwie nicht. Wenn die Teiler fremd sind, klappt das. Bei der Einser-Klasse muss ich einfach wieder die Einser-Klasse nehmen. Also wenn ich einen Einser-Rest habe, also zum Beispiel bei der Teilbarkeit durch Acht, die Zahl 9, da muss ich einfach eine andere Zahl nehmen, die auch den Rest 1 lässt. Also zum Beispiel die 17 und 9 mal 17 liegt dann auch wieder im Einser-Rest drin. Aber bei den Zweiern und Vierern kriege ich das nicht hin, weil ich da ja immer diesen Zweier da aus dem Sechser mit als gemeinsamen Teil habe. Also bei Primzahlen klappt das und bei den anderen nicht. Das könnte man auch noch beweisen. Das ist aber auch nicht so wesentlich. Den Beweis spare ich mir. Der ist ein bisschen umständlich mit dem Lämmer von Besou. Wichtiger sind die sogenannten Hobobor-Vieh-Sätze, die sagen, man kann zwei Zahlen zuerst addieren und dann den Rest bilden oder zunächst die Reste bilden und diese Modulo N addieren. Beide Verfahren liefern das gleiche Ergebnis. Oder anders gesagt, der Rest der Summe ist gleich der Summe der Reste. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir haben Modulo 3, dann gucken wir uns an, was heißt das 0 plus 0? Okay, da kommt wieder 0 raus, das liegt auf jeden Fall in der Restklasse 0. 0 plus 1, da kommt wieder 1 raus, ist auch logisch. 1 plus 1 kommt 2 raus, das ist die Restklasse 2. Wenn das eine einen Rest lässt, das andere lässt einen Rest, dann lässt die Summe den Rest 2. 1 plus 2 kommt 3 raus, ist eigentlich auch klar, was das ist, wenn es durch 3 teilbar ist plus einen Rest von 3. Dann ist es eigentlich insgesamt durch 3 teilbar, weil dann kann ich ja die 3 einfach noch einmal mehr reinnehmen. Können wir gleich auch mal im Zahlenbeispiel machen. Und jetzt ist hier aber, die Ansage ist jetzt, ach, du kannst eigentlich irgendwelche ganzen Zahlen nehmen. Sagen wir mal 14 und 18, habe ich mir, glaube ich, so als Beispiel überlegt. 14 und 18 Modulo 3, dann kann ich das entweder so machen, dass ich sage, das steht hier in dem Satz, dass ich sage, ich rechne erst mal aus, was 14 plus 18 ist. So, ganz normal, Addition von Zahlen und gucke, was ist da der Rest, Modulo 3. Also 14 plus 18 ist hoffentlich noch einmal 32. Modulo 3 muss ich jetzt gucken. 30 könnte durch 3 gehen. 10, also bleibt ein Rest 2. Das ist also auch gleich 2 Mod 3. Modulo 3. So, und jetzt die andere Rechnung würde sagen, ich rechne 14 Modulo 3 plus 3 18 Modulo 3. Ja, das ist also 14 Modulo 3. 12 geht, ist Rest 2 dann. 2 Mod 3. Ich bin ja auch nicht vertan. Ja, 14, 2 passt. So, plus in den Dreierdings 18 Modulo 3 ist 0. Ist hier ein langweiliges Beispiel. Ah, ich habe Modulo 5 genommen ursprünglich. So, okay, jetzt ist es natürlich langweilig. Die sind schon kleiner. Also ist einfach 2 plus 0 ist wieder 2 Modulo 3. Okay, dann machen wir das selber auch noch mal für 5. 14 plus 18 Mod 5. Dann haben wir halt noch ein Beispiel gerechnet. 32 Modulo 5. 32 Modulo 5 ist aber auch 2 Mod 5. 30 geht auch durch 5. Und jetzt hier 14 Mod 5 plus in dem Fünferdings 18 Mod 5. So, jetzt 14, da ist 10, da ist das 4 Mod 5 plus Fünfer-System. 18, 15 ist 3 Mod 5. So, das wäre dann ja 7 Mod 5. Und das ist aber dasselbe wie 2 Mod 5. So, das sieht so aus, als könnte das immer funktionieren. So, jetzt müssen wir das halt allgemein zeigen. Allgemein steht nochmal hier. Wir müssen also zeigen, A plus B Mod N ist dasselbe wie A Mod N plus N B Mod N. Jetzt setze ich mal A Strich soll mal sein A Modulo N und B Strich soll mal sein B Modulo N. Also, hier in dem Beispiel wäre mein A 14, mein B wäre 18, das A Strich wäre dann die 4 und das B Strich wäre dann die 3. So ist das gemeint. Also, diese A Strich und B Strich, das sind schon die entsprechenden Reste. So, und jetzt gucke ich mir an, was ist A plus B Mod N. Wenn das hier so ist, A Strich ist gleich A Mod N, dann kann ich das A schreiben als A Strich plus irgendein K mal N. Schauen wir uns das auch an. Wieder in dem Beispiel, 4 ist dieser Rest und hier steht 14. Ich kann 14 schreiben als 4 plus 2 mal 5. Und das muss immer so gehen. Ich kann 18 schreiben als 3 plus 3 mal 5. Und bei jeder Zahl, die quasi einen Rest 3 lässt, kann ich das natürlich immer schreiben als 3 plus irgendwas mal die Modulo Zahl. Und das ist ja gerade die Erklärung von dem Rest. So, okay, das setze ich jetzt hier unten ein. Also ist dasselbe wie, für B mache ich das auch noch. B ist gleich B Strich plus L mal N und K, L sind Element Z in dem Fall. Könnte ja auch eine negative Zahl sein. Steht Minus 17 Modulo 5, dann hätte ich halt da für das K oder H eine negative Zahl. So, jetzt habe ich hier stehen A Strich plus K mal N plus B Strich plus L mal N Modulo N. Sie sehen vielleicht schon, worauf das hinaus will. Ich will natürlich die A Strich und B Strich nur noch da stehen haben, weil dann kann ich nachher zurück einsetzen mit A, B, Mod und dann habe ich es fertig da stehen. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich sortiere das hier mal etwas anders. Ich schreibe das als A Strich plus B Strich plus K plus L mal N Modulo N. Irgendeine Idee, warum ich das so hinschreibe? Genau, das kann ich also einfach weglassen. Also bleibt da nur noch stehen, A Strich plus B Strich Modulo N. Das sieht doch jetzt schon ziemlich gut aus, weil A Strich plus B Strich Modulo N, also die Addition dieser Reste Modulo N, das ist ja genau definitionsgemäß das, was wir genannt hatten, A Strich plus N B Strich. So war das ja genau definiert. Von den Resten die Summe und das noch Modulo N genommen, das war diese Addition Modulo N. Also wenn ich zum Beispiel Zweierrest habe und, na was hatten wir, Dreierrest und Viererrest und ich die addiere, dann kommt erst sieben raus und davon muss ich aber nochmal den Rest nehmen. So hatten wir definiert diese Addition von, dieses plus N war so definiert, dass man sagt, du nimmst den einen Rest, addierst den anderen Rest und dann guckst du wieder, was ist der Rest bezüglich N. Das habe ich jetzt hier nur nochmal hingeschrieben. Ja und jetzt setze ich wieder zurück ein. Es bleibt jetzt Ihnen überlassen, ob Sie das obere überzeugender finden oder das untere. Das untere ist halt mathematisch strikter Beweis, das obere sind Beispiele. Typische Anwendung für Modulo Rechnung sind Prüfzifferbestimmungen, zum Beispiel bei den ISBN Zahlen. Dann addiert man bestimmte Vielfache, eigentlich bin ich schon ein bisschen über der Zeit, aber das machen wir eben noch. Man addiert das Zehnfache der ersten Ziffer der ISBN Zahl plus das Neunfache der zweiten Ziffer plus das Achtfache und so weiter und so weiter und so weiter und nimmt das Ganze Modulo 11, wobei, so und man muss dann ein P finden, die ersten Ziffern, die ersten, was sind das da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Ziffern sind frei wählbar und die zehnte wird dann mit diesem Ding hier berechnet. Man addiert das Zehnfache und jetzt sucht man ein P so, dass der Rest bei Division durch 11 genau 0 ergibt. So, weil es zehn verschiedene Reste gibt bei Division durch 0, kann hinten auch ein X stehen. Das ist, wenn der Rest zehn ist, dann hat man ja nicht eine einfache Ziffer. So, und jetzt ist natürlich der Wunsch ist zum Beispiel, dass wenn Sie das A und das B vertauschen und ich meine, ja, ich glaube, bei ISBN müsste es hinhauen, ist das immer so, dass zwei Zahlen, wo irgendwelche Ziffern vertauscht sind, haben nie dieselbe Prüfziffer. Deswegen ist die Prüfziffer ganz praktisch, um so Zahlenvertauschungen zum Beispiel zu erkennen. So. 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 Vielen Dank.